Zombie Apocalypse Wir haben einen neuen Einsatz Einsatzstichwort lautet Verkehrsunfall Auf der Bundesstraße Hier vor der Berufsfeuerwehr Ostwagen 1 Rück zum Einsatzort aus Dann schauen wir uns das mal vor Ort an BKW Komplett in der Mitte zerteilt Fahrer Beifahrer Nicht angebunden Nächstes Einsatzfahrzeug HLF Rück zum Einsatzort aus Mal schauen Ob wir da irgendetwas Vor Ort machen können Eine Person wurde im Korbraum gefunden Ansprechbar Diese Person geht gut Beule am Kopf Ansonsten alles gut Das nächste Fahrzeug Rück zum Einsatzort aus Unser Einsatzleitwagen Der Einsatz muss natürlich auch gut koordiniert sein Hier wie eins am Einsatzort eingetroffen Einsatzzieht wird abgeschlossen Personen von ins Krankenhaus gefahren Obwohl gar kein RTW ist Und kein Umschrauber Personen zum Krankenhaus Einsatzzieht wird abgeschlossen Abbrücken Bis zum nächsten Mal liebe Freunde Macht's gut Ciao Ciao Untertitelung des ZDF, 2020